Hey Leute, ich bin's mal wieder, euer Rio mit einem kurzen Infomercial, einfach mal ganz kurz ein paar Infos raushauen, die gerade unter anderem auch die aktuelle Woche betreffen, da hab ich nämlich bedauerlicherweise schichtweise verdammt viel zu tun, während mein Kater hier gerade den Sessel auseinander nimmt. Lass du dich jetzt sein, sei lieb. Ja, wie gesagt, schichtmäßig und auch anderweitig verdammt viel zu tun, hab nämlich im Moment Nachtschicht, komm tagsüber kaum zu irgendwas, komme dementsprechend diese Woche, komm ich auch überhaupt nicht zum Aufnehmen, also die ganze Woche quasi durchgeplant, keine Zeit zum Aufnehmen, das bedeutet, dass das eine oder andere Video bedauerlicherweise diese Woche ausfallen wird, diese Katze, das ist unglaublich. Ja, keine zwei Minuten im Zimmer und schon wieder das halbe Regal ausgeräumt. Gut, wie gesagt, das eine oder andere Video wird ausfallen, das ist tatsächlich gar nicht so schlimm, wie es sich jetzt vielleicht im ersten Moment anhören mag, denn tatsächlich betrifft das diese Woche eigentlich nur ein einziges Projekt und zwar Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Da hab ich nämlich tatsächlich nichts mehr vorproduziert, da hab ich nichts mehr auf der Festplatte, was ich jetzt die Woche dann spontan raushauen könnte und wie gesagt, ich hab bedauerlicherweise auch nicht die Zeit, da was aufzunehmen. Das bedeutet, dass Yu-Gi-Oh! diese Woche leider mal kurz pausieren wird, aber nächste Woche wird es wieder auf den Kanal zurückkehren. Es ist ja jetzt auch nicht mehr viel, es sind ja nur noch ein paar Wochen, bis wir das Projekt dann tatsächlich zu einem Abschluss führen können. Die anderen Projekte, Dark Souls 2, Mass Effect Andromeda und auch God of War, da hab ich tatsächlich noch Folgen da, das sollte diese Woche keine Probleme bereiten. Äh, die Evil Within 2, da kommt ja heute Abend das große Finale, die letzte Folge des Projektes. Dementsprechend müsste es ja dann theoretisch mit einem Folgeprojekt hier auf dem Kanal weitergehen. Das ist tatsächlich auch der Fall, aber es ist halt nicht spontan aufgenommen, es ist etwas, das ich jetzt tatsächlich schon einige Zeit auf der Festplatte liegen habe, wo ich so ein bisschen drauf gewartet habe, wann ich es denn dann endlich mal auf den Kanal stellen kann, wann ich die Gelegenheit dazu kriege. Und die Gelegenheit, die kommt diese Woche tatsächlich, die kommt dann morgen Abend um, ja, ich bin mir nicht mal sicher, dass es dann auch 21 Uhr wird oder ob ich das vielleicht auf einen anderen Slot lege, das seht ihr ja dann morgen spontan. Ich will an dieser Stelle auch noch nicht zu viel verraten, ich will aber natürlich die Erwartung jetzt auch nicht zu sehr schüren, nicht, dass der eine oder andere dann enttäuscht ist, wenn es dann doch nicht das Spiel ist, das er jetzt hier unbedingt und am besten gleich sofort hier auf dem Kanal sehen wollte. Ich sage nur so viel, wir machen wieder einen kleinen Abstecher in die gloriose Welt der Superhelden. Mehr sei an dieser Stelle jetzt aber erstmal nicht mehr verraten und da ich jetzt gerade tatsächlich noch so zwei, drei Minuten Zeit habe, hier was zu blubbern, einfach damit dieser Infomercial nicht zu kurz wird, können wir noch ganz kurz mal gucken, die aktuelle Gesamtsituation bei mir und wie es denn hier in der nächsten Zeit wohl auf dem Kanal auch weitergehen wird. Als allererstes sei dazu jetzt an dieser Stelle erstmal gesagt, dass sich die Internetsituation, die ich ja schon im einen oder anderen Video angesprochen habe, tatsächlich bei mir noch nicht geändert hat. Ich habe immer noch kein eigenes Internet zu Hause, ich bin immer noch darauf angewiesen, zum Hochladen einmal quasi quer durchs Land zu fahren, um dann auf einer tragbaren, einer mobilen Festplatte hier meine Videos durch die Gegend zu transportieren, um sie dann an anderer Stelle für euch hochzuladen. Und dementsprechend bin ich auch natürlich ein ganz kleines bisschen begrenzt in der Auswahl der Spiele, die ich euch anbieten könnte. Ich meine, ich habe eine riesige Steam-Bibliothek, nur ich bin halt ein bisschen limitiert auf das, was tatsächlich im Augenblick auch installiert ist. Und das ist ehrlich gesagt jetzt so eine super große Auswahl und vieles von dem, was ich da zur Auswahl habe, das haben wir tatsächlich auch schon gemacht. Von daher bin ich da ein kleines bisschen eingeschränkt in neuen Projekten. Ich habe aber trotzdem noch so ein, zwei Ideen und wir haben natürlich im Zweifelsfall immer auch noch die Möglichkeit mit den Konsolen. Da natürlich auch keine Download-Titel, ich muss, wenn, dann muss ich die Sachen nehmen, die ich im Regal stehen habe. Aber da steht tatsächlich noch so einiges, also da wird in nächster Zeit dann nicht so schnell Ebbe sein. Er erwartet halt nur nicht so großartig viele top aktuelle Spiele in den nächsten, keine Ahnung, ich sage mal zwei Monaten. So lange könnte das nämlich mit dem Internet durchaus noch dauern. Ein Spiel, wo ich ja ein bisschen drauf gewartet habe, wo es ursprünglich auch hieß, dass das jetzt im Dezember rauskommen soll, das ist ja das neue Spiel zu HP Lovecraft's Call of Cthulhu. Aber das ist wohl tatsächlich jetzt auf das Jahr 2018 verschoben worden. Das heißt, wir haben da noch ein bisschen Zeit, kann ich dann in Ruhe angehen. Das ist eine Herausforderung, der wir uns dann widmen werden, wenn der Moment dann tatsächlich gekommen ist. Ich hoffe nur, dass ich das mitkriege, wenn dieses Spiel dann auch veröffentlicht wird. Im Zweifelsfall wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr vielleicht bei irgendeinem Video auf dem Kanal dann auch mal eine Nachricht hinterlasst. Hier übrigens Call of Cthulhu ist draußen, was weiß ich, bei Dark Souls oder irgendwas, was ihr euch halt anguckt. Weil, wie gesagt, ich kann halt nicht garantieren, dass ich das sofort mitkriege, wenn es denn dann verfügbar ist. Ich hätte dann vielleicht schon die eine oder andere Möglichkeit, ich gehe mal davon aus, dass es ein Downloadtitel sein wird über Playstation Store oder irgendwas. Ich hätte da schon die eine oder andere Möglichkeit, mir das dann tatsächlich auch über den Store zu organisieren. Müsste halt nur die Playstation mal mitnehmen oder irgendwas in der Art. Nur das sind so Sachen, das mache ich dann, wenn es denn dann auch tatsächlich Sinn macht. Ansonsten Blackguards 2, das steht ja auch immer noch so ein bisschen im Raum, das steht ja immer noch so ein bisschen aus. Und da habe ich auch das Problem, ich habe das in meiner Steam-Bibliothek, ich habe es nur leider nicht installiert. Beziehungsweise ich habe es schon installiert, aber nicht auf dem PC, sondern nur auf meinem kleinen Laptop. Und der ist bei weitem nicht so leistungsstark. Der hatte tatsächlich mit der Performance von Blackguards 1 schon gewaltige Probleme. Die ersten paar Folgen des Blackguards 1 Let's Plays sind ja auf dem Laptop entstanden, bevor ich dann tatsächlich auf den PC wechseln konnte. Und eigentlich will ich mir das nicht antun, Blackguards 2 dann auch wieder über den Laptop zu starten, weil ich halt im Voraus schon weiß, dass es da durchaus Performance-Probleme geben wird. Und ich bin der Meinung, gerade auch nach den Erfahrungen, die ich mit dem ersten Teil gemacht habe, dass der zweite Teil das einfach nicht verdient hat. Also er soll schon so gut wie möglich präsentiert werden. Von daher kann es auch bei Blackguards 2 noch ein kleines bisschen dauern, bis dieses Spiel denn dann tatsächlich den Weg auf den Kanal findet. Was hatten wir noch? The Last of Us ist im Gespräch. Und das sollte tatsächlich demnächst dann auch mal starten. Wie gesagt, das ist nicht das direkte Folgeprojekt zu The Evil Within 2. Da kommt erstmal was anderes. Aber das geht tatsächlich auch gar nicht so lange. Da werden wir dieses Jahr noch mit fertig. Last of Us, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, zumindest vom aktuellen Stand her, ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass The Last of Us dann das nächste Projekt auf diesem Slot sein wird. Und ansonsten habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so super viel geplant. Ich habe da noch ein Projekt in petto, was ich eigentlich ganz gerne letztes Wochenende schon gebracht hätte, weil wir ja keine neuen Silent Hill Folgen hatten. Da soll ja dann Silent Hill Homecoming das nächste Projekt sein. Da weiß ich aber noch nicht, wann ich das starte. Es kann ein bisschen dauern. Es kann auch sein, dass es jetzt bald losgeht. Es wird aber höchstwahrscheinlich unter der Woche kommen und kein Wochenendprojekt sein. Denn fürs Wochenende habe ich tatsächlich etwas anderes geplant. Das ist auch wieder ein Ausflug ins Fantasy-Genre. Ja, es ist, äh, haben wir ja im Moment noch nicht genug von auf dem Kanal, ne. Es ist, äh, ja, es geht auf eine gewisse Art und Weise, geht so ein bisschen in Richtung Dark Souls, auch von der Grundprämisse her, ist aber auf anderer Seite wieder ganz anders. Es ist ein Projekt, das auch schon länger auf meiner Liste steht, wo ich mich auch schon länger drauf freue und was ich dann jetzt endlich dann mal starten wollte. Wenn alles gut geht, ja, eventuell habe ich zum Wochenende Zeit. Es will, äh, vielleicht habe ich Samstag Nachmittag ein bisschen Zeit. Dann kann ich da mit starten. Ansonsten halt nächste Woche dann, äh, weil, wie gesagt, diese Woche Nachtschicht, kaum Zeit, jede Menge Termine, dann, wenn ich keine Nachtschicht habe. Also tagsüber quasi, das war jetzt ein total sinnfreier Satz, ähm, ja, auf jeden Fall, Nachtschicht ist, zum Wochenende komme ich aus der Nachtschicht raus. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern ich dann Samstag großartig in der Lage sein werde, aufzunehmen, was ich eventuell anderweitig aufarbeiten muss. Von daher, ich kann nicht garantieren, dass dieses neue Wochenendprojekt diesen Sonntag schon startet. Kann auch sein, dass es erst nächsten losgeht, aber auf jeden Fall aller spätestens nächsten Sonntag. Wie gesagt, da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin natürlich nach wie vor offen für Vorschläge eurerseits, was irgendwelche Spiele auf dem Kanal angeht. Äh, lasst mir die Info irgendwie zukommen, was ich gerne spielen soll. Ich habe da auch keine festgelegten Genres. Im Zweifelsfall spiele ich alles, gerade wenn ihr da auch Interesse dran habt. Ähm, ich spiele es auf jeden Fall an. Und wenn es kein vollwertiges Let's Play wird, wird es zumindest ein Let's Show, ein Let's Test, irgendwas in der Art. Äh, also, ja, wie gesagt, gebt mir einfach eure Vorschläge. Lasst mir Infos zukommen. Welche Spiele wollt ihr auf dem Kanal sehen? Ich bin für alles offen. Das habe ich eben schon mal gesagt. Ich wiederhole mich. Von daher ist jetzt wohl der Moment gekommen, an dem ich dieses Video beenden sollte. Ich quatsche auch schon wieder zehneinhalb Minuten. Wann ist denn das passiert? Das ist, äh, das ist furchtbar. Das erinnert mich wieder an neun Fragen und neun Antworten. Ja, man hat uns da einfach neun Fragen. Quatschte mal anderthalb Stunden. Das war auch, das ist, äh, jetzt weiß ich, wie Gronk sich immer fühlt. Äh, ja. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch diesen Infomercial anzugucken. Wie gesagt, diese Woche kein Yu-Gi-Oh! Ein paar neue Projekte stehen in den Startlöchern. Äh, und lasst mir eure Spielewünsche zukommen. Das war's von mir. Jetzt wünsche ich euch, äh, euch eine gute Nacht zu wünschen. Ist so ein bisschen dämlich um 15 Uhr. Beziehungsweise jetzt hier schon 15 Uhr 11. Wenn ihr live in dem Moment das Video guckt, wo es freigeschaltet wird. Ähm, auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns noch ganz oft auf dem Kanal hier wieder. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle einfach schon mal spontan eine schöne Weihnachtszeit. Und potenziell dann irgendwann natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann.